Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie am vierten Plenartag in dieser Woche der vorweihnachtlichen Zeit. Friede sei mit euch allen. Ich hoffe, dass wir in diesem Sinne auch die vierte Plenartagung heute vernünftig miteinander gestalten. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Einige Punkte sind noch offen. Es sind 9 bis 23, 25, 27, 29, 40 bis 49, 51, 74 und 84. Wir tagen heute bis ca. 14 Uhr. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 40. Es fehlen heute entschuldigt der Ministerpräsident Bouffier ganztägig, die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig. Meine Damen und Herren, hört doch einmal zu, bitte. Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig, Herr Staatsminister Al-Wazir ganztägig, Frau Abg. Habermann, Frau Abg. Lannert, Frau Abg. Michael Reul und der Abg. Heinz Lotz sind ebenfalls entschuldigt. Im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Hauptausschuss in Sitzungsraum 100 A zusammen. Es ist heute ein freudiger Tag, denn unsere Kollegin Birgit Heitland hat Geburtstag. Ich gratuliere ihr im Namen des ganzen Hauses. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei der vergangenen Aufregung über dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem Peter Vögel haben die Plenarsitzung 100 A. Ich weiß, wie bei der Erkatu der Hölle nacheinandergärm ... ...